Grüner Wasserstoff nimmt eine zunehmend relevante Rolle für den deutschen Energiemarkt. Mit Hydroplace bauen wir die Schnittstelle zwischen dezentralen Erzeugern und Verbrauchern von grünem Wasserstoff, die geografisch verteilt sind und für die wir die Abnahme bzw. Beschaffung verantworten sowie die Logistik organisieren. Kern dabei ist das automatisierte und datenbasierte Peer-to-Peer-Match durch unsere Hydroplace-Plattform, an die sich unsere Kunden via Web, App oder Standard-APIs anbinden können. Dadurch können wir verschiedenste Dienstleistungen End-to-End zwischen Erzeuger und Verbraucher anbieten. Wir freuen uns auf Sie bei der englischen Demo-Night.